Wir sind wieder am Start, ähm, Kitty? Hallo? Ich? Und ist euch was aufgefallen? BMW, das ist mein BMW, mein Baby, aber ich sitze nicht am Steuer, nein, Kitty sitzt am Steuer. Das hat auch einen Grund, dieser blöden Punkt, 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 haben mir meinen Führerschein beschlagen, ich hab gar keine Ahnung warum. Ähm, ja, jedenfalls muss ich jetzt laufen, beziehungsweise Beifahrer sein. Kitty fährt mein Baby, das macht's ja hoffentlich ganz doll. Ähm, Kitty, das Auto hat übrigens mehr als Eingang. Ach so, ist das gar keine Automatik? Nein, das ist keine Automatik. Ähm, okay, wir sind heute im Musikpark in Erfurt. Wir, äh, heute ist Herrenabend, wir werden die Herren, ähm, ähm, nicht beglücken. Wir werden feiern mit euch, wir freuen uns auf euch und, was spiel ich denn an meinen Haaren hier eigentlich? Egal. Ähm, ich bin aufgeregt. Ich war schon so lange nicht mehr im Musikpark. Ich freu mich auf das Team, auf die Crowd, auf die Stammgäste, auf alle Partyfeierwütigen, ähm, 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 ich hab heute schon wieder nur blondes Zeug im Kopf. Also, ich rede lieber nicht mehr weiter, sonst, äh, keine Ahnung, bis später. Mwah!